Meint Sarah Lombardi das jetzt eigentlich ernst mit ihrem neuen Freund oder sind die beiden wirklich nur Freunde? Noch kann man nicht genau sagen, was mit den ganzen Sprüchen und Fotos gemeint ist. Aber es scheint so, als wären Joti und Sarah zusammen. Das schon seit einer ganzen Weile. Denn kaum nach der Trennung von Roberto war sie mit Joti im Urlaub und hat Söhnchen Alessio mitgenommen. Nun reagiert Roberto, der Ex-Freund von Sarah, auf die Urlaubsfotos. Er schreibt folgendes. Einfach nur noch fassungslos. Ob das zum Lachen oder Weinen ist, ich weiß es nicht mehr. Traurige Welt. Ob es genauso eine schwere Trennung wird, wie damals von Pietro Lombardi? Ich bleibe natürlich für euch dran. Wenn ihr die Ersten sein wollt, die von den Neuigkeiten erfahren, dann abonniert doch einfach Check the Celeb und aktiviert das Glöckchen oben. Wir sehen uns im nächsten Video. Hinterlasst mir einen Kommentar und danke fürs Zusehen.